Auf die Öffnungsfeier freue ich mich extrem, weil es einfach sehr stark Olympia ähnelt. Ich komme eigentlich aus dem Fußballfeld und Tennisfeld, ich war bei der Maccabiare in Israel dabei als Fußballspieler, das hat mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung und ich habe dort Batman-Spieler kennengelernt aus anderen Nationen, gegen die ich dann auch gespielt habe und gewonnen habe und daraufhin habe ich festgestellt, wir sollten genug Jeden finden in Deutschland, um auch ein eigenes Team aufzustellen. Dementsprechend habe ich mich mit den Verantwortlichen auseinandergesetzt und seitdem hat die Suche begonnen nach möglichen Batman-Spielern in Deutschland. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.